Einen wunderschönen guten Tag, liebe Camp Nation-Freunde und schöne Grüße vom Caravan Salon 2024. Ich stehe hier auf dem Messestand von GCI mit dem lieben Martin. Wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, der hat schon viel verpasst. Wir schaukeln seit über einem Jahr kreuz und quer in der Gegend rum, denn die Firma Sportec hat das Produkt GCI nach Deutschland gebaut. Ganz genau. Einen Schaukel-Campingstuhl. Auf jeden Fall. Der meistverkaufteste Campingstuhl Amerikas. Ganz, ganz wichtiges Argument für uns auf jeden Fall gewesen. Wir haben die Dinger in Amerika getestet, saßen drauf zum Spaß, gucken uns an und sagen, hey, wir brauchen das Zeug in Deutschland. Und ja, also die Stühle sind alle mit einer Stahlfeder ausgestattet, dass ich halt wirklich mit jedem Stuhl schaukeln kann. Ganz genau. Man kann hier im Prinzip auch immer mitgehen. Da ist eine Stahlfeder innen drin. Die Kunststoffverpackung ist außen drumherum einfach, dass man sich die Finger nicht einklängt und ein Pipapo. Lebenslange Garantie übrigens auf die Stahlfeder. Okay. Falls im Prinzip durch das Mesh irgendwie, haben wir natürlich alles ordentlich geregelt. Verarbeitung, absolutes Top-Produkt. Die Stühle fangen bei 70 Euro an und hören bei 99 Euro auf. Ja. Ja, fragt mich jeder, wenn ihr einen Preis hat, wenn ihr euch für zählen. Ganz genau, ja. Genau. Also nein, wir haben uns da nicht vertan. Wir haben das einfach gut kalkuliert. Also das ist einer der besten Stühle mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, was aktuell auf dem Markt existiert. Genau. Nur für diejenigen, die jetzt irgendwie Schockstarre wegen der Farbe bekommen, was ja durchaus im Bereich des Möglichen ist, vielleicht schwenkt ihr Steve mal an den wunderbaren, schönen Körpern vorbei nach da. Ganz genau. Weil das gibt es natürlich auch in herkömmlichen Farben. Ganz genau. Also die Farbe hat am Anfang überhaupt gar keiner so richtig auf dem Schirm gehabt. Das ist das Stealth Camo, nennt sich die Farbe. Das ist eine der meistverkauftesten Farben hier auf dem deutschen Markt, vor allem, wenn man sie sieht. Dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen gedecktere Töne, wie jetzt zum Beispiel einen Blau. Den gibt es auch noch mal in Grün. Wir haben ihn in Grau. Also der Roadtrip-Rocker, wie dieser Stuhl heißt, mit der hohen Rückenlehne. Das ist der mit der größten Farbauswahl aktuell. Können wir mal gerade zeigen, wie das geht mit dem Schaukeln? Genau. Ja, genau. Das können wir gerne machen. Sonst haben wir ja keinen Schaukelschuhl, den wir gezeigt haben. Genau. Ich setze mich noch ein bisschen weiter nach hinten, dann sieht man uns beide schön schaukeln. Also es ist wirklich einfach überragend. Man kommt so ein bisschen in dieses Schaukeln rein. Das ist natürlich so am Anfang erstmal so, wie so ein geisteskranker schaukelt man rum. Wir haben aber, du hast wahrscheinlich auch schon festgestellt, je länger man dritt sitzt, desto entspannter wird man, desto langsamer wird es schaukeln. Für mich als nervöses Frettchen ist das der perfekte Stuhl. Ich schaukele mich immer langsam in die Ruhe sozusagen. Ja, genau. Und so nach fünf bis zehn Minuten merkt man, okay, merkt man gar nichts mehr. Wir hatten die Dinger ja auch beim Basecamp und haben alle am Lagerfeuer rumgeschaukelt. Das war ja auch sehr gut. Das war schon ein sehr, sehr geiles Wochenende wieder. Ja, genau. Also, kurze Rede, langer Sinn. Wir können uns noch lange schaukeln, bis ihr eingeschlafen seid am Fernsehen sozusagen. Wenn ihr diese Stühle mal sehen wollt, GCI, wir haben die in der Regel komplett mit bei unseren Roadshows. Wir haben die natürlich auch mit in unserem Schirmum stehen. Und wer gerade aktuell auf dem Caravansalon Düsseldorf ist, der kann sie sich auch hier auf dem Caravansalon Düsseldorf anschauen. Ganz genau. Anschauen, bei euch auf die Seite gehen. Kaufen. Und dann natürlich gerne kaufen, kaufen, kaufen. Genau. Danke, Martin. Geil. Vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.